So, jetzt geht's los und ich lasse euch auch noch mal den Start sehen. Das sind immer die schönen Momente. Die spannenden Momente auch. Mit British Airways fliegen ist ein Unterschied zu Ryanair. Also man wird hier wirklich behandelt wie eine Lady. Das ist auch ein paar Beispiele. Vielen Dank. hinten seht ihr die Autobahn, eine Schleife, eine Schleife von Autos, so viele Autos haben wir heute, nach London rein oder nach London raus, ist immer eine Schleife, ein Stau, also wenn so Außerirdische diese Erde sehen, werden sie denken, was ist das für eine Schleife, überall, wo die großen Städte sind, diese gigantischen Schleifen. Es ist jetzt London Time, 17 Uhr, 17.15 Uhr und das ist natürlich dann so der Anfang der Rush Hour. Diese Schleife zieht sich jetzt so zwei Stunden. euch sł滑, zum nächsten Mal. hazır. Untertitelung des ZDF, 2020 It's 50 Wood It's 50 Wood